So sah er damals aus. Er wird sich natürlich verändert haben durch das Gefängnis. Und überhaupt nicht. Die Jahre verändern uns ja alle. Nicht? Werden Sie ihn erkennen? Wie lange möchten Sie ihn beschatten lassen? Ein paar Tage. Sagen wir erst einmal ein paar Tage. Sie werden mir ihr laufend darüber Bericht erstatten, was er macht. Nicht? Wenn Sie das wünschen? Ja, sicher. Ich bin ein Ein-Mann-Betrieb. Ich werde einen zweiten Privatdetektiv engagieren müssen, damit wir uns bei der Überwachung ablösen können. Außerdem würde ein einzelner Verfolger sehr schnell seine Aufmerksamkeit erregen. Ich verstehe. Das macht die Sache ziemlich teuer. Ich habe... Hier sind 3000 Mark. Reicht das? Erstmal ja. Dann geben Sie mir doch bitte eine Quittung. Achtung, bitte für Gäste gebucht auf LH-Flug 452 nach Los Angeles. Werden zu Flugsteig B36 gebeten. Hab eine schöne Zeit. Du hast sie verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschau, Unke Bernd. Vielen Dank. Guten Flug. Komm, komm. Tschö. 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 Sind die Babysum dabei? Ja. Dankeschön. Tschö. Sind die Babysum dabei? Ich tue die Babysum dabei. Töne. Gut. Das muss die Babysum dabei sein. Ja. Alles gut. Ich tue die Babysum dabei. Ich tue die Babysum dabei. Vielen Dank.